Pia liebt Schmetterlinge über alles. Sie bewundert ihre bunten Flügeln und ihren anmutigen Tanz in den Lüften. So war es auch nicht ungewöhnlich, dass sie auch von ihnen träumte. Letzte Nacht träumte sie, wie sie selbst Flügeln hatte und mit ihnen auf eine Party im Himmel flog. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020